Der Schnellweg ist jetzt deutlich besser, Junge, du dampfst, du dampfst! Die Dings, die Kamera braucht Inspektion, siehst du? Ich komm schon hier ins Menü rein. Kannst du hier auch mal ein bisschen schrapper ziehen? Sagst du das dem Michael bitte, dass er neue Belege drauf hat? Wir sehen uns mal wieder! Der Schnellweg ist jetzt wieder der Schnellweg, und wir können hier nicht mehr von den Schnellweg fahren. Come on! We'll be right back. Ich fahre sofort wieder aus. Wir fahren sofort wieder. Wir fahren sofort wieder? Ja. Was los? Ich möchte mal ganz kurz mit dem Florian. Ich fahre die ganze Zeit mit dem. Der ist viel besser. Der? Ja. Damit fährst du ein Team 20. Beim Rausbeschleunen, sobald du Vollgas geben kannst, mach ich einmal kurz den Warmling an. Ach so rum, okay. Dann weißt du, du kannst Vollgas geben. Das geht mit den Autos. Okay. Komm. Und versuch mal in der Schikane, also in dieser schnellen Piff-Paff. Ja. So schnell wie wir da jetzt. Du fährst jetzt hinter mir direkt her. Mhm. Und du bremst nicht. Und? Gut? Ja. Geil? Ja. Ich dachte nicht im Depp. Haha. Ich kann mich auch selber anschnallen. Okay. Mach das weh. Mach das weh. Obwohl, warte mal, der Gurt ist ja glaube ich verstellt jetzt. Äh. Ja, guck mal, guck mal, also beckenmäßig, weil du ziehst dich ja hier eh strapp. Aber das ist auch schön. Das ist super. Ja, egal. Leint. Ja. 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 Das ist abgeflogen. Ja. Ja, Frank. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ist abgeflogen. Ja. Ja. Frank. Willst du jetzt hier auf den Warten oder was? Nein, aber ich wollte es ihm Bescheid sagen. Da kam Funk im Auto. Rein, Nico, rein. Komplett rein. Ja, das war schnell. Was war hier? Er ist in der schnellsten Ecke, ist der Arsch geflogen und dann hat er ihn gerade eben noch gefangen, kurz vor dem Einschlaß. Hätte richtig böse ausgehen können. Ja, hat nichts passiert. Hast du mir nicht gekriegt? Was? Florian hat ihn gerade mal weggeschmissen. Auf der schnellsten Stelle. Eingeparkt, richtig? Nee, er hat ihn so was von gut gefangen, Alter. Ich hab's ja auf Video. Kannst du angucken? Wie ist es? Ach nee, warte, der ist ja hinter mir gefahren. Hab ich doch nicht. Was machst du? 17 Ecke. Warum? Warum? Was macht ihr? Ja, hier in der Ecke. Umschlagen. Weil da hat er rein und auf. Oh. Ja, brauchen wir aber heute nicht machen. Kurz. Schau sie um. Guck mal hier. Ja? Ja. Schau sie kurz um. Ja, ja. Weißt du das? Ja, ja. Geht doch nicht einfach dir hinter. Na sicher geht das. Nein, geht nicht. Hast du doch gesehen. Du lenkst zu früh ein. Nicht zu früh. Wo wart ihr jetzt? Welche Zeit? Was? Was haben wir gewartet? Ja, 38 stehen jetzt am Dash. Ja, nein, nein, nein. Ja, nicht. Ja, das ist jetzt so schnell. Es wird da. Ja, nein, 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 nein. Ja, nein, 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 nein. Aber ich weiß nicht, nein, nein, ich weiß nicht, nein, 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 nein.